hi leute willkommen zurück in dieser wunderschönen neuen folge wenn das also wenn erst mal wenn beste begrüßung auf jeden fall leute ich möchte den world smasher grüßen oder sie wer auch immer sagen wir mal es zuschauer auf jeden fall ist unten verlinkt der kanal könnt ihr auf jeden fall mal abschicken ganz geil auf jeden fall abschicken leute world smasher so da fangen wir mal mit dem video an wo bin ich denn hier geocuse bin ich wenn das jemand nicht kennt also man wird halt mit google maps zusammen irgendwo hingebordet und man muss halt später wenn man nach rausgefunden hat wo man etwa ist hier angeben an der karte und das wollen wir jetzt mal spielen geocuse werde ich unten reinschreiben den also die wir also website verlinken wo könnten wir denn hier sein die nummernschilder sind so wie soll ich sagen gelblich das sieht man ein bisschen vielleicht niederländer die frau okay wir machen jetzt einfach mal niederlander komm wir machen so wir machen da komm schon ja so weit war es gar nicht entfernt leute okay gut dann nächste runde ich bin jetzt bis zur fünften was ist das denn das sind felder oder sowas übrigens wenn ihr noch mehr von solchen von geocuse haben wollt schreibt es mal also ich werde im vorgarten machen ich bin halt auf die idee gekommen nach geocuse weil ich halt ein video über tokio gemacht habe in google earth ja ist und verlinkt gut zähler wir suchen gut zählen der bucht von tokyo ist interessant gewesen was japaner so in der bucht von tokyo haben aber ich kann hier echt keine schlüsse rausziehen wozu hölle wissen hier sind ich gebe jetzt einfach mal leute ich gebe jetzt einfach mal ganz wenn irgendwo so und so was spanien das sieht doch nicht so aus wie sparen ja komm schon mensch 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 das war jetzt das schlechteste was warten deutschland aber irgendwo muss doch im hinweis noch sein wo wir hier vielleicht sein könnten jetzt auch hier nicht tausend stunden lang irgendwie was weiß ich hier machen okay leute wir machen jetzt einfach risiko wir machen bayern heute wir machen risiko es könnte auch so gut was auch immer finanzieren aber leute was schweden wenigstens haben wir über 1000 punkte das ist doch eigentlich ganz gut hoffe ich war ja ich und er hat kunde eine 1 stimmt sogar auf mein zeugnis dort schreibt ihr mal was ihren erdkunden hat oder gl wie auch immer das bei euch heißt ja was ist das da hinten ich dachte kuh wir gehen jetzt einfach mal komm wir gehen einfach so deutschland irgendwo deutsches wird hundertprozentig falsche ja ihr seht den umstand jetzt schon oh mein gottes richter eigentlich da haben wir auf jeden fall leute du bist ich bin profi jetzt kommt glaube ich auch schon die letzte runde ja danach war es schon mit dem video leute wenn euch sowas gefällt und infokarte ist oben hallo was ist das hier scharfe leute wisst ihr was ich gebe jetzt einfach nur irgendwas europa das war jetzt echt der arschkarte aber wir waren relativ nah eigentlich bisschen ja das war eigentlich ganz gute runde ähm ich glaube meinen top hier weil ich jetzt mal so zwischendurch gespielt war 20.000 vielleicht schaffen wir das irgendwann ein video wenn ihr jetzt liked dann wäre es geil mein letztes video hat 20 likes das ist einfach unfassbar leute und dank für den support das war es mit den kleinen video dazu leute leute